Reinspaziert! Reinspaziert, zur Opening Night! Ich hätte mir gedacht, das ist ein kleiner Raum, aber... Beeindruckend! Gelandet bei der Opening Night! Der Media Day, die größte Presseveranstaltung der Welt. Hier kommen die beiden Teams mal zusammen das erste Mal und stellen sich vor die Presse. Richtig beeindruckend sind die Halle und sonst noch viele Menschen hier, aber wir freuen uns besonders auf Tom Brady! Hola, hola! Hallo Leute! Hola! Okay! Hola amigos! Mein Name ist Claudia Estroz, ich bin aus Peru. Ich schau hier ein bisschen den Trainer von den LA Rams in New York Channel. Ja, komm mal, komm! Ruh fast da! Oh, great! Thank you very much! Sean Mac hochgerne! Mario, wenn ich du wäre, würde ich jetzt bei der hübschen Dame einfach mal durchs Bild gehen und ihr das Bild zerstören. Rache ist süß, oder? Wenn ich du wäre, würde ich zu der Blomben da drüben gehen und ihr einfach mal einen österreichischen Satz beibringen. Das ist ein bisschen flört, ich weiß, da bist du! Okay, was ist das wieder? Hallo, ist der Guy! Österreich! 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 Ja, das war perfekt! Perfekt! Ja! Not! Thank you very much! Thank you very much! Thank you! Ja, natürlich! Alles im Griff, alles im Kopf! Alles im Kopf! Alles im Kopf! Julian, wenn ich du wäre, würde ich, wenn die Cheerleader zum Tanzen beginnen, einfach mittanzen. Aber genau wie sie! Das ist richtig gut! Das ist richtig gut! Das ist richtig gut! Das war toll! Du gehst auf die Cheerleaders! Schau, schau! Schau! Er hat Fans! Er hat Fans! Jetzt wird er tatsächlich ein Mitglied der L.A. Rams Cheerleader! 5, 6, 7, 8, 5, up! Up! Slide! Yeah! Yeah! Wie fühlt es sich an ein Cheerleader der L.A. Rams zu sein? Ich glaube, mein Lebenstraum ist gerade in Erfüllung gegangen. Ich glaube, man versteht! Hey Mario! Mario! Komm her! Ich habe da was für dich! Und zwar? Ich weiß, du kannst überhaupt nicht tanzen. Wenn ich du wäre, würde ich zu der Mexikanerin hingehen. Das war nicht Salsa, aber zeige mal einen schönen Wald. Ich kann nicht einmal einen Waldsau, okay! Hallo! Wie gehts? Kannst du es probieren? Ja! Great! Woher kommen Sie? Von Austria! Woher kommen Sie? Aus Österreich! Aus Mexico! Aus Mexico! Du kannst Salsa tanzen! Und du? Nein! Aber ich kann es probieren! Ich kann es probieren! Ich kann nur Tanzen Walzer! Ah, ja! Du kannst auch einmal in deinem Leben tanzen! Insetzen? Was ist das? Insetzen? Insetzen? Nein! In Mexiko haben wir viele Fähigkeiten. Wir haben viele Fähigkeiten. Okay! Ich kann es probieren! Oh, 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 oh! Es wird immer besser! Es wird immer besser! Es wird immer besser! Eine der besten Fähigkeiten in Mexiko! Ja, du kannst es probieren! Nein, ich kann es probieren! Nein, ich kann es probieren! Nein, du kannst es probieren! Es ist Kampion! 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 Ich habe gerade einen Wurm gegessen! Mario, wie schmeckt so ein Wurr? Wir schreiben einmal bitte. Ich muss was trinken. Es ist so grauslich im Nachgeschmack. Der erste Bissen war nicht schlimm. Aber dann war es so grauslich im Nachgeschmack. Ja, der schaut schon muskulös aus. Mario, wenn ich du wäre, würde ich gegen den jetzt mal andrücken. Wenn ich du wäre, kennst du das, wenn man jemandem die Nase stieh? Wenn ich du wäre, würde ich ihm die rote Nase stehen. Ich höre da österreichische Stimmen. Hula Paloo. Geht schon die Stimme an, komm. Hula Paloo. Nein, wie geht's? Kann sie nicht. Hula Paloo. Hula Paloo. Nein, ich mache nicht mehr. In Atlanta, wir haben Southerne Hospitalität. Ja. Wir haben friede Chicken. Oh, ich liebe friede Chicken. Wir haben gute Strip-Clubs. Wo? Wo? Wir gehen. So, ich glaube, jetzt müssen wir gehen, oder? Strip-Clubs. Jetzt wird es interessant. Jetzt bleiben wir da. Wir können das. Ihr werdet die Mikse auf. Wir nehmen dich nach. Okay. So, willkommen in unserer Stadt. Wir freuen uns. Vielen Dank. Mach ein Selfie mit Tom Brady. Viel Spaß. Nichts leichter als das, würde ich sagen. Tom! Tom! Ist da ein Plan? Ich versuche mich durch die Menschenmassen hier durchzukämpfen. So, lass mich mal. Ich probier's mal unten durch. Es ist unfassbar, was da los ist. Ich bin ein Doktor. Sorry. Ich bin ein Doktor. Ich muss jetzt Tom Brady, ich bin ein Doktor. Sorry. Ich bin ein Doktor. Sindlos. Ey Tom! Ihr wart! Hey, Nein, ich bin aus Austria. Hey, Tom. Tom. Good luck. Highfive Tom Brady! Yes, baby! Yes! Untertitelung des ZDF für funk, 2017